Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Love, Sex, Second Base. Eine neue Woche beginnt, ein neuer Abwaschdienst ist dran. Die letzte Woche war ja aufregend genug. Es endete damit, dass wir etwas Näheres von Kylies Telefonatgespräch mitbekommen haben. So, wir machen einfach mal, trinken noch einen Kaffee, machen noch eben schnell die Aufräumarbeiten und setzen uns noch einmal hin und machen noch ein bisschen was für den Gamerskill. Und weil wir ja, das sind 300 Dollar, die wir abzahlen müssen. Wahrscheinlich habe ich vorher auf Easy gespielt, deswegen waren es 200. Das ist so gut, Shiroi. Ich bin auch sehr begeistert, dass du unter mir arbeitest. So, wir gehen ins Office. Wir müssen also, ihr seht, richtig viel Geld verdienen und wir haben eine Office-Party am Freitag. Oh, oh. Ja, da werden wir definitiv dabei sein, weil diese Office-Party ist wichtig. So, ganz wichtig. Diese Office-Party kann man super leicht verkacken, indem man irgendwie ein anderes Event davor aktiviert. Also, passt bei der Office-Party ein bisschen auf, dass ihr da auf alle Fälle hingeht. Denn, wenn ihr nicht da hingeht, of course, na klar habe ich das getan. Ähm, wenn ihr da nicht hingeht, entgehen euch zwei Characters. Nur mal aus Nettigkeit gesagt. Zwei Characters gehen dabei. Massage! Ich will auch keine Massage, Mensch! Passieren können die sich was anderes. Kylie hat gestern auch genug Massage abgezogen. Hi, Kylie! So, ihr seht aus, mit Kylie geht der Fortschritt schon mal viel, viel weiter hoch. Da sind wir schon mal fast auf über 21. Kylie kann auch gleich die Erste sein, die ihr auch locker wegdaten könnt. Die hat damit überhaupt gar kein Problem. Wir lassen Kylie erstmal Kylie sein, okay? Hi! So, aber, Aletta würde ich gerne mal nach der Telefonnummer fragen. Hm. Sehr schön. Ähm, dann können wir mit ihr auch talken, weil da ist es wichtig, dass ihr hier Travel angibt. Vielleicht... Kriegen wir das? Ja, Winter, 14. Danke, Aletta, sehr freundlich von dir. Davor gibst du nochmal einen Daumen hoch drauf. Und ran an den Speck. So, work hard, wir wollen weiterarbeiten, weil wir brauchen ganz, ganz dringend Kohle. So. Hey, Mann! Sorry, es hat mich so lange, um zu kenne. Ich hab dich voll vergessen. The RPG, Mann! The Game of Demons and Demigods! Ah ja, da war ja was. Do you remember the one I'm running for your hot housemates? Ja, yes, of course. Irgendwas war doch mal da gewesen. And me, you said you need three of us. Er wollte wohl die Zweier-Tour da spielen. Yeah, yeah. Sure I did. Yeah. Oder meintest du drei mit dir gesinnt? Anyway, I've got everything ready to go. I finished writing the scenario and I rolled up some characters too. Hm? I was looking forward to roll up my own. Äh, I already rolled you up a Paladin, man. And the scenario really needs you to play one too. Äh, okay, fucceso? It's just for Bree and Sasha, you know? Also mal so gesehen, normalerweise erstellst du dir deinen eigenen Charakter in den ganzen Sachen selber sehr selten. Das unvorgefertigte Charakter zum Spielen sind. Gibt es aber auch, aber eher sehr selten. Okay, yeah, that makes sense. Great, that's great. So, how does Sunday sound? Afternoon. Joa, wenn ich's nicht vergesse, können wir ja gerne auch einrichten. But I run into Bree und Sasha. Okay, also Bree und Sasha müssen wir auch mal vorher noch... You got it, buddy. This is gonna be so cool. Okay, also er meint, das wird sehr cool. Na, da bin ich ja mal gespannt. So. Sehr gespannt. So, wir können mal aber in die Mall gehen, denn dort treffen wir das erste Mal André und Pella. Hm, Pamela. Hola. Nee, Pella, genau. Das erste Aufeinandertreffen zwischen André und Pella ist also jetzt geschehen. I hope to see you real soon. Okay. Pella ist eine Geschichte, ähm... Eine interessante Geschichte. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das auf alle Fälle noch mal hinkriegen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ins Gym und machen noch mal ein bisschen Training. Ach, immer treffe ich hier, Alexis, ey. Das gehört noch ganz böse Enden heute. So, ich gehe noch mal nach Hause und esse noch mal eine Runde, weil... Ja, komm mit Bree und Sasha jetzt im Wohnzimmer abzuschimmeln. Ah, was ist jetzt los? Okay. Huh? Was war das? Pini von... Äh, you have something in your mind. Do you want to talk about it? My all ears? That's sweet. Thanks for the offer. Normally I'd say no. But it's got to do with Guy-Problems. Noch wie immer. So, maybe you can give me some advice from the other side of the gender divide. Ich versuch's. Guy? Problems? Fast, äh, so gesehen. Gut zu uns. Sure. I think I can help. Mal sehen, ob ich wirklich helfen kann dabei. You're a real friend to me. Most guys are only interested in getting into my knickers, but you're one of the good ones. Würde ich auch sagen, dass ich das bin. So, entschuldige ich bitte, dass ich hier eine kurze Unterbrechung machen musste, aber meine Nachbarin fängt wieder an, mit ihrem Rasenmäher wieder Kamikaze zu spielen. Ich weiß nicht, was die Frau falsch macht in ihrem Leben, aber mit einem Rasenmäher umgehen kann die garantiert nicht, weil die dreht das Ding bis zum Anschlag und den Benzinermotor, der schreit schon vor lauter Hilfe. Naja, egal. Deswegen musste ich mal die Fenster zumachen und das Geräusch hoffentlich so ein bisschen rausfiltern, weil ich immer denke, gleich kommt der Rasenmäher mitten durch meine Wohnung gefahren. So, mal sehen wir. Sascha, wie gesagt, kein Problem mehr. Gut, verstehe ich. Ist klar, man ändert sich immer gerne zurück an die guten Zeiten, anstatt an die schlechten Zeiten, außer die schlechten Zeiten überwiegen. Ja. Ah, so ist es, dass es mehr... Ja, ich denke mal, ich weiß schon, um wen es geht. Okay, es geht also um Scotty, den Kerl, den wir vorher gesehen haben. Gut, dann erzähl mal. Okay, das glaube ich sogar. Okay, das war's anders. So, wir können gleich mal Sascha so ein bisschen drehen. Also Sascha überlegt sich, ob sie wirklich wieder was mit Scotty anfangen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, er war nur ein insensitiver Meath-Head-Head, du weißt, dick als fuck. Okay, 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 okay. Also, als Mann, was denkst du, was ich tun soll? Wir sind ehrlich zu ihr. Ich glaube, dass das zwischen den beiden wohl nichts mehr wird. Sie waren ja auch... Wenn das vom ersten Treffen aus ein bisschen positiver zugegangen wäre, hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, okay, vielleicht solltet ihr vielleicht auch mal was zu unternehmen. Oh ja, da ging ja gleich richtig die Kante bei Sascha hoch irgendwie. Er hat seine Chance gehabt. Vielleicht hätte er sie nanzen sollen. Es sah auch nicht gerade bei den beiden so aus, als ob da noch irgendwas groß ist. Also bei ihnen ja, aber bei ihr und... Ah ja. Weil Sascha irgendwie auch so, ja, den neuen Start irgendwie so gesucht hat, finde ich, meiner Meinung nach, soll sie auch versuchen, vielleicht neues Glück zu finden, meiner Meinung nach. Man muss sie dann selber überlegen, aber wie gesagt, sie kam ja nicht umsonst hierher und hat ihr neues Leben angefangen, um ihm was zu erzählen, ne? Also wir versuchen Sascha das ein bisschen ausreden mit Scotty. Ich glaube nicht, dass er eine gute Wahl für sie wäre. So, dann haben wir Scotty jetzt auch damit gefinisht. Ihr habt eine kurze Scotty-Line. Ich habe gesagt, Scotty werde ich schnell rausfegen, weil, ähm... Ja, Scotty ist... Ja, Scotty ist Scotty. Scotty haben wir also schnell inkompletiert abgemacht, weil wir hätten es schaffen können, dass Scotty wieder... Ja, was heißt mit ihr zusammenkommt, würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Man hätte die aber auch zusammen spielen können, aber man hätte sonst ein Dreier, glaube ich, aktuell nur mit Scotty gekriegt. Und auf die Szene drauf geschissen, ganz ehrlich gesagt. So, Scotty ist also aus dem Spiel herausgekickt worden. Nett und freundlich. So, ähm... Haben wir das Thema mit Scotty jetzt auch schon mal durch. So, wir haben Tuesday. Wir sollten auf alle Fälle noch ein bisschen trainieren, ein bisschen Knowledge aufbärten. Wir sollten jetzt erstmal uns den Hauptfokus vielleicht erstmal so ein bisschen auch auf alle Fälle auf das Gitarrenbuch servieren. Das wird ein wichtiger... Was ist jetzt schon wieder los? Oh Gott, nein. Work normally. Oh, da war wirklich kein Glück in der ganzen Maschine. Essen, snack. How do you feel about smoke? Äh, it's bad for your health. So, da kriegt sie nämlich jetzt mal Liebe wieder mit draufgeballert. Können wir hier geben. So, wir gucken mal wieder. Ich sehe es jetzt schon kommen. Alexis, Gitarrenbuch. Endlich ist es da. Ich habe es mir eigentlich geholt. So, das ist ein wichtiges Buch, was wir auch sehr wichtig brauchen werden, um Saschas Storyline weiter voranzuschreiben. So, endlich haben wir das Buch, was wir haben wollten, eigentlich bekommen. Daraufhin, Chirory, haben wir doch gut gemacht, oder? Single-Modal mit so einem Job. Amazing, Chirory. Amazing. Sehr gut. Bin ja echt stolz auf dich. Weiter geht's. Ran. Und ich kriege meine nächste Gehaltserhöhung. Sehr schön. My salary has been raised. Das ist schon mal gut. Wir haben es 16 Uhr. Wir haben gar keinen Spaß mehr. Also, wir sind sowas von der, was komplett anders Spaß. Dass wir uns ein bisschen mit Videogaming beschäftigen. Und den Trade noch weiter nach oben zu kriegen. Und sogar noch mit Bree nochmal eine Serie gucken. Damit wir mit Bree, jetzt sind wir wieder auf 10. Jetzt können wir es langsamer wieder aushalten. So, Meal Together haben wir auch gemacht. Bei Sascha landen wir weiterhin sehr gut in den Startkreis mit rein. Werden uns heute aber, denke ich mal, jetzt den ersten Mal dem Buch widmen. So, Bücher. Ihr seht, 10 Mal müsst ihr die usen, damit ihr den Skill von Guitar erlernt habt. Und wir haben jetzt die ersten 10% rum. Heißt also, noch 9 Mal insgesamt benutzen. Und dann haben wir auch den Gitar-Skill erlernt. Ein Skill, den wir relativ schnell erlernen sollten, um nachher das Sascha-Event zu starten. Okay, kein Problem. Und eben halt dann bei Sascha auch die Band freizuschalten. Das nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. So, wir dürfen nicht vergessen, wir haben diese Woche Freitag die Office-Party. Die ist arschwichtig, dass wir da hingehen. So, deswegen arbeiten wir heute wieder ein bisschen durch. Machen wir wieder eine kleine... It's unhealthy, Alette, immer noch. So, dann gehen wir mal rein. Reden nochmal mit Alette in der Runde. Vielleicht kommen wir da ja auch nochmal ein bisschen besser in Gang. Erzählen noch was über Travel. Bei Travel mag sie. Das sieht schon mal gut aus und ich muss mal dringend auch mal bald Hausarbeit machen. So, wir haben noch 9. Wir brauchen eigentlich nirgends wo aktuell hin. Wir können aber nochmal heute... Wie viel Geld haben wir aktuell? 400 noch was. Ah, da lernen wir noch ein bisschen weiter. Okay. Hey, Shorori. Did you see... Did you see there's all of this paperwork? That's actually what I wanted to talk to you about. Okay. Would you like to me to archive some of this in the basement? Ich? Shorori, is das nicht dein Job? Das kann doch ein Choros werden. Und fällt dabei gleich auf die Fresse. Shorori, ich will ja nichts sagen. Nettes Höschen, aber die Papiere sind jetzt hier auch gerade alle aktuell völlig durch die Gegend gefallen. Das ganz normalste im Leben. Einfach alles gut, Shorori. Mach bitte weiter. Ich hole nochmal einen guten Deal raus. Ach, Mann. Irgendwie tut es mir ja leid. Sie gibt dir ja wirklich ihr Bestes. Shorori gibt ja wirklich ihr Bestes. Sie versucht wirklich alles mögliche dabei, um es zu schaffen. So, wir können ein bisschen mit Morgan anflirten auch. Das ist kein Problem, dass wir das aktuell durchziehen. Wir haben aber noch nicht den Dingses-Trade, noch nicht frei mit Boys. So. Wir starten das nächste Hanna-Event auch schon mal gleich rein. Denn wie ihr wisst, ging ja die letzte Sache mit Hanna ein bisschen komisch aus. Ah, nee. Wir starten nicht Hanna, sondern... Wie hieß sie nochmal? Alessia? Alessia? Alessia, genau. Ja, so kann man es auch ungefähr sagen. Ja, it's pretty much shrimp. Könnte so ungefähr sein. Aisha, genau. Was? Erst? Was, nein. Ich bestimmt nicht. Sie ist, sie ist, sie ist ziemlich etwas. Was ist sie? Ein Kind of MMA-Fighter oder Martial-Artist oder so? Ich weiß nicht, dass sie nicht so etwas haben. Ich weiß nicht, dass sie nicht so etwas haben. Ich weiß nicht, dass sie nicht so etwas haben. Aber jemand, der das Privilege hat, am Ende ihrer Grunde zu sein, hat mir gesagt, dass sie eine Wrestlerin ist. Eine Wrestlerin? Welche Art? Amateur oder Fake? Niemals ein Wrestler sagen, das ist Fake. FAKE, dann. Strange, wenn sie so hart in da sieht. Oh oh. Ganz dumm. Okay, das nette Wortspiel hat schon mal begonnen. Wir werden immer lustiger. Warum? Ja, sie hat wohl das gehört, was wir gesagt hätten. Ja, das wird wahrscheinlich, ohne Witz, das wird wahrscheinlich echt jede Reaktion eines Wrestlers sein. Wenn ihr in einer Gegenwart eines wirklichen Wrestlers, also der auch WWE, EWE, AWE oder sonst was alles das erzählt. Und ihr dann in der Gegenwart sagt, das ist alles Fake. Also, Wrestling ist kein Fake. Das tut schon echt verdammt weh. Diese ganzen Moves, die die da machen und so, sind alles einstudierte Moves. Wenn da mal was fehlen geht. Aua. Das tut weh. Entertainer. Das würde man schon durchgehen lassen, weil sie sind ja auch Entertainer. Sie begeistern das Publikum, sie begeistern dies und Wrestling ist eine Art Entertaining. Deswegen, also Wrestler als Fake zu bezeichnen, würde ich definitiv nicht als die beste Option betiteln. Klar, Matches werden abgesprochen. Klar, Choreos werden einstudiert, dies und das alles. Aber trotzdem ist es dann, wenn es in den Ring geht, alles wirklich real. Jeder Shop auf dem Körper tut weh. Wenn man falsch landet, tut jeder einzelne Plex weh, den man dort einstecken muss. Es gibt ja spezielle Techniken, die die da extra für trainieren, um die Landung halt besser hinzubekommen. Aber es gibt auch manchmal Landungen, die gehen richtig auf den Nacken rauf. Die werden halt falsch gemacht. Deswegen, ich persönlich habe für Wrestler einen großen Respekt, weil ich finde das echt heftig, was die machen. Auch gerade, wenn man sich mal so überlegt, wie viele Tage, die eigentlich so gesehen unterwegs sind in verschiedenen Staaten und Bundesstaaten oder sonst was, Countries, und dort ihre Programme Tag ein, Tag aus abspielen, ihr Training durchziehen, damit sie fit bleiben für die ganzen Sachen, untereinander die Choreos absprechen. Und ach, das ist ein Beruf, der dich fast, ich würde mal sagen, bestimmt locker von 24 Stunden, bestimmt mindestens über 19 Stunden am Tag fordert. So, weiter. War eine dumme Idee. Sehe ich jetzt schon. Oh mein Gott. Wir apologisen. Okay, das haben wir verdient. Nach der Aktion. Ja. 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 Das gebe ich sogar auf uns weiter. Das hat sie, da hat sie wirklich recht. Also, da muss man... Wir kriegen sogar wirklich... Oh cool. Wir haben also Tickets für den Wrestling Tag gekriegt von Alisa. Sehr schön. Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich kann da gut nachvollziehen, dass sie da wirklich heftig... Also, das ist nicht ein Job, den du gerne machst. Also, klar, er bringt Essen auf den Tisch. Übrigens, wir machen auch noch ordentlich mein Training hier. Ähm. Aber es ist ein verdammt anstrengend harter Tag. Also, Wrestling... Ich sag ja, es sind Entertainer, das kann man gerne alles so durchgehen lassen. Wir hätten eigentlich auch noch ein bisschen trainieren müssen. Wir müssen aber auch mal die Bubi jetzt in den Schuss kriegen. Ansonsten kriegen wir da auch ein bisschen Probleme bei. Ich habe sogar noch einen Energiebalken über... Zwei Energiebalken über, die ich sogar noch ausnüssen werde, um was hier unten nochmal sauber zu machen. Somit sind wir schon mal bei 60%. Dann haben wir das jedenfalls auch schnell durch. Nein, ich bestelle noch keinen, äh, Dienst, der mehr die wöchentliche Reinigung für mich übernimmt. Das werde ich erst, äh, später machen, wenn wir wirklich mal ein bisschen mehr Cola am Start haben. So. Drink a Coffee. Do the dishes. Das machen wir alles in aller Ruhe fertig. Wir können jetzt aber nochmal eben schnell ins Wohnzimmer hüpfen und dann mal kurz Videogames spielen. Damit wir da auch bei den Tag weiter nach vorne kommen. Also, ihr seht, ich probiere mir alles so ein bisschen zusammenzubasteln. Aber noch nicht zu sehr auf die ganze Kante draufzuschießen. So, wir haben 77. Das sieht gut aus. Dann gehen wir mal was essen. Was? You should try harder at work. Warum? You can trust me. Thank you. Warum soll ich immer härter sein? Ich kann auch nichts dafür wünschen, Rory, die Akten alle reinfällen lässt und... Ach man, Gott, wir gehen auch mal arbeiten. Damit sind wir schon fast fertig mit der Aktion mit den Arbeiten gewesen. So, wir gehen nach Hause. Wir sehen, dass Bree im Wohnzimmer hängt. Deswegen... Gehen wir mal mit Bree noch auf alle Fälle den Discovery Channel gucken. Und die nächste am Start. Was für die 10? Ich warte mal die Uhrzeit ab und gehe mit den beiden einfach was essen. Weil dann bringen wir das auch ganz gut hin. Dann können wir uns hier nochmal einsetzen und weiterhin mit den Skill-Videogaming weiterarbeiten. Das ist immer ganz gut, dass ihr das am Anfang, wie gesagt, früh diese Box euch holt. Weil ihr werdet von der Arbeit, weil ihr ja so viel am Arbeiten seid, ja sowieso ziemlich erschöpft sein. Und da nimmt sich die Videokonsole eindeutig gut bei heraus, um gleichzeitig den Game-Attack zu lernen. Also, es sind schon zwei Sachen, die da ganz gut ineinander in die Karten reinspielen. So, Friday. Heute Abend ist es Office-Party, dürfen wir nicht vergessen. Da müssen wir unbedingt hingehen. Drink a coffee. Nudel dishes. Können wir machen. Und lasst uns nochmal noch eine spielen, damit wir ein bisschen fitter drauf sind. Bree kommt heute auch gar nicht mehr an Land. Das ist auch interessant. Na gut, okay. Lassen wir Bree, wo sie Bree ist. Ich bin in der University. Da werden wir uns schon später auch nochmal drum kümmern. So, dann wollen wir nochmal weiterarbeiten, damit ich mein nächstes Salary-Race kriege. Das ist schon mal gut aus. Verbrennen? Eigentlich in die Archive. Gib sie her. Gib sie mir. Ey, mach das lieber, Sir. Wir haben das letzte Mal gesehen, was mit den Archiven passiert ist. Ah, das ist gut. So, es wurde ein Event für Shirori eingefügt. Nach einer gewissen Zeit ist das neu dazugekommen. Es gibt ja einige neue Events. Wir haben immer zwischendurch noch neu dazu. In dem Fall Penshiroori. Ich weiß nicht. Das ist so ein typischer Shirori-Style, wie sie am Schlafen ist. Äh, ja. Wunder, dass sie nicht auf der Tastatur gelandet ist. So, wir können hier wirklich den Arsch heiß machen. Dann wird dieses Event nie wieder passieren. Wir können sie gently aufwecken. Wir können sie ein bisschen anranschen. Ach, ich lasse sie schlafen. Viel Spaß. Auf einer Seite ist es ja nicht schlecht, dass sie gerade aktuell schläft. Vielleicht habe ich irgendwas anderes noch zu tun. So, wir haben nochmal gewirkt. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch noch. Lassen wir einfach Shirori-Style sein, okay? So, ich würde gerne nochmal in die Mall gehen und würde mal gucken, was aktuell gerade an Büchern dabei ist. Weil Shibari werden wir definitiv auch nochmal überbrauchen. Das werden wir uns aber demnächst erst holen. Wir haben noch Zeit. Wir brauchen uns nicht zu überstürzen aktuell gerade. So, wir können jetzt einmal durchsaugen. Das ist kein Problem. Dann gehen wir nochmal den Game Attack nochmal ein bisschen höher machen. Beide sind in ihren Zimmern. Das ist auch in Ordnung. Dann hauen wir uns jetzt was zu essen rein. Und wir haben das Meeting. Da sollten wir auch unbedingt hingehen. Denn das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir hier zu diesem Meeting auf alle Fälle gehen. Denn dort lernen wir, wie gesagt, zwei weitere Kandidaten kennen. Es gibt, also es ist schon manchmal problematisch, Meetings richtig zu planen. Es wird noch ein paar wichtige Meetings geben. Und zwar auch ein Business Meeting, was absolut wichtig ist mit dieser Dame. Oh, genau. Sorry about that. Uh, wrong, Denny. I'm gonna ask if we're new in a compliment. As if we crash our party. Wir können hier ein Kompliment ballern, wird aber nichts bringen. Wir fragen, ob es neu ist. I've never been in your office. My daddy is the CEO. So, nun wissen wir also schon mal Bescheid, dass ihr Daddy die CEO ist, also der Chef des Ganzen. Dwayne. Und ihr Name ist Cassidy. So, zu Cassidy. Da werde ich euch beruhigsam und ruhig an die Story heranführen. Da gibt es ein paar Sachen, die sehr, sehr wichtig sind bei Cassidy. Wir können am Anfang die erste, also sagen wir mal so, es gibt zwei Stationen von Cassidy. Die erste Station ist bei Cassidy auf alle Fälle, dass wir gucken müssen, dass wir unseren Job behalten. Die zweite Station bei Cassidy ist ihre familiäre Situation. Da ist es wichtig, dass wir dort den Martial-Art-Skill haben. Ansonsten sind wir sehr einfach schon gefickt. Was hier? So, ihr seid hier? I mean, take me home Well, I guess I should make my way over to the actual party I guess you shouldn't If you look to the right place I'll look forward to it then So, a letter comes on And we have said we want to come here We have one turn on in this year So, change and have a step to your game Okay Say thank you Sure you, I'm sure you will Sehr schön Und dann kriegen wir erstmal bei a letter erstmal einen kleinen Bonuspunkt oben drauf gepackt Und wir lernen jemanden anders noch kennen Dann a letter stellt uns noch jemanden zur Verfügung Das werden insgesamt 3er sein, die wir nachher zur Verfügung bekommen Bei der nächsten Kandidatin, die jetzt kommt Ist das aber eine Geschichte, die sehr interessant sein kann Makes sense, why I haven't noticed her tonight Lavish Lavish ist Eine sehr interessante Sehr interessante Sehr interessante Sehr interessante Persönlichkeit Um... You do look familiar My desk is fairly easy to find So, und wie gesagt A letter stellt uns jetzt Oh yes A letter has told me how you've been leaving others in the desk Genau Also A letter lässt uns jetzt Besser gesagt Well, I don't know if I would say that Wir bestimmen auch nachher über Den Verbleib von Lavish oder nicht So, damit haben wir jetzt also zwei neue wieder mit reinbekommen In die Business Card Das heißt also, Lavish ist mit dabei Cassidy ist jetzt mit angesetzt worden bei uns Und ja, ich werde nochmal eine Runde zocken Und nach oben gehen Und nochmal Ich hoffe die Dusche Nein, alles klar Duschen wird halt nichts Äh, ja dann Gehen wir schlafen So So, bestimmt kommt wieder Something is dying in my pants Deswegen wollen wir da gleich mal gegen gehen Ach komm, dann können wir gleich nochmal den bei durchduschen heute Heute ist Samstag Heute sind sowieso alle hier ein bisschen Dabei Locker zu bleiben Machen noch schnell die Hand dabei Die Dishes Dann sind wir damit auch durch Und wir gehen heute sogar wieder zur Arbeit Und worken da runter So, 75% haben wir wieder geschafft Das sieht schon mal sehr gut aus Wir essen und trinken noch was Wir haben Tausend endlich mal auf der Bank Was echt mal witzig war Was wir so lange Eigentlich teilweise davor gebraucht haben Um tausend auf die Bank zu bekommen Ähm Aber wir haben es endlich hingekriegt So, was haben wir aktuell noch zu tun Aktuell scheint es noch ein bisschen ruhiger Also was heißt ruhiger zu sein Es wird voller auf alle Fälle Das Gym Bei wie viel Prozent sind wir? Auch 28 Das ist ein Schlechtes Symbol Wir müssen morgen auf alle Fälle mehr trainieren geben So Hm Was up? Ja, I wanted to introduce you The new intern Also Aletta Du stellst uns echt am Wochenende schon Alles klar Levish-Form So She going to be around the office now And I told her She couldn't come To your If she needs help Yep Warum nicht Immer noch ran It's nice to meet you Kein Problem Levish Kriegen wir alles Levish This is your manager Alles klar Also ist Levish ununterstellt Vergisst nicht Levish ist noch so eine Art Praktikantin Oder besser gesagt Ja so Probe dabei Also sie ist Noch nicht komplett fest eingestellt In der Firma Das heißt Ich habe euch auch gesagt Ihr bestimmt darüber Ob Levish bleiben wird Oder nicht Bei ihr gibt es mir nicht gleich Ein sehr sehr interessantes Teil Oder da können wir erst Montag erst sehen Diese Woche leider noch nicht Aber Montag erst Und wir haben jetzt halt Mal so gesehen Ja Levish Ihr Schicksal In dieser Firma In den Händen So Ähm Jo Läuft Wir können zum Wrestling Show gehen Machen wir aber auch nicht Diese Wochenende Werden wir da auch nicht hingehen Wir werden uns erstmal Schön gemütlich Zu Hause hinsetzen Und nochmal Genau Das Roll Paper Event Anstarten Warum nicht Stop her Those are my GM's Notes Okay Ha Bree Stopp So Sascha That's a Gym guy Okay Alle wollen in seine Notes gucken So Das Spiel geht los Okay Here are your character sheets Oh What's the matter Did I something wrong Game Master Okay Wir sollen ihn Game Master Kennen Ich glaube Die Love soll er wohl anders Gedeuten So Mal sehen Was Bree Wird Sascha Du bist ein halb Demon Warlock Ein halb Demon Warlock Passt du Sascha Kann ich Bring it to the frog Würde eigentlich Normalerweise gehen können Wenn die magischen Skills stimmen Aber sie ist ja Nur ein Krieger Ich glaube nicht gerade Dass sie magische Skillfähigkeiten hat Aber passt schon Both wrong He's a Paladin A what A holy warrior Devoted to the cause Of all that's good And pure Oh Suck To you Thanks Sascha So Also wir spielen den Paladin Okay Dann fangen wir mal Okay Okay Goblins Have been raiding The outlying farms And the call Has gone out For stout Adventurers To put an end To their attacks Perfekt The three of you Find yourselves In the taproom Of the local Tavern What is the Oh Bree Old fashioned pub Ah okay What do you do Ah I sit at a pub Und In mein ale Also sieh Oh sieh Was zu saufen Oh das Song is fun Me too I follow them The wench behind the bar Eyes Bree and Sasha Suspiciously Okay We don't serve Their kind She says that she looks Between them What the hell Rassist oder sowas Jetzt können wir uns Aussuchen Was wir Wen wir defenden sollen Also wen wir verteidigen sollen Sollen wir Bree verteidigen Oder Sasha verteidigen Dieses Event Hab ich noch nie so richtig Durchgespielt Wenn ich ehrlich sein darf Ob wir jetzt da Probleme kriegen Wenn wir jetzt nur Bree verteidigen Oder nur Sasha verteidigen Lassen wir mal dahingestellt Wir werden uns mal Heute auf Saschas Seite stellen Einfach mal Und Ehrlichkeit halber Yeah Tell a bitch The wench The wench looks Justly chastened By the paladin's words Very well She says The elf I'll serve But not the hell Spawned bitch By her side Hey Now that you have Your drinks You head over To a free table It's then That you see A little old man Coming over To join you Greetings He says You have the look Of mighty Adventurers About you My name is Elder Perkins And I would like To enlist your help To deal with the Goblins in the hills Okay I lay forward And looking straight To his eyes The old man Hey old man We don't work for free Also Ich glaube Sascha will Kohle raus Zücken Und Bri will Es for free Machen Wir sind Paladin Wir sind eigentlich Eine Hero Truppe Und Ja gut Sascha spielt Die Rolle Nicht schlecht Weil sie ist ja Eigentlich Halb Dämon Also wird sie Natürlich Nichts für kostenlos Machen Komm wir haben Sascha Jetzt gehen wir Mal auf Ihre Seite You two are not fun Elder Perkins nods in agreement It is agreed He says In order to aid you On your quest I can offer you The choice Of these two items He reaches into The folds of the robe And he pulls out Two vials of liquid Okay One blue And one red in color What is this The fucking mine Sascha Also eine Potion der Heal Oder eine Potion der Fireballs Scheiße Also normalerweise kannst du aus beiden Situationen eigentlich ziemlich gut rauskommen Äh Sascha will die Fireball Potion auf alle Fälle nehmen Und Bree möchte gern die Healing Potion haben Wird beide sehr wichtig sein Eine Fireball könnte man vielleicht an Wegen vorbeikommen Die wir gar nicht brauchen Oder einen großen Gegner natürlich kalt machen Ähm Bei Healing ist es aber alle Es sind beides wichtige Potions Die man natürlich hat Ähm Ach fuck off Ähm Wir nehmen die Fireball Fireball Ich glaube das hört sich besser an Healing Potion können wir noch so mal kaufen Aber Fireball Potion wahrscheinlich nicht I- I'm sorry I think we'll leave it there for now So how did you girls find your first roleplaying session? Also beide sind nicht gerade abgeteilt davon Und beide haben Bock nochmal wieder zu spielen Das ist dieser Fokus dieser Rollenplay Adventures oder besser Tabletops Wenn man sie mal spielt, dann hat man unheimlich Lust sie nochmal wieder zu spielen So I'll see you next Sunday Same time Ja sure thing Game Master why not So Schade nur dass wir da irgendwie keinen Bonus darauf gekriegt haben Meiner Meinung nach Weil es wäre eigentlich cool gewesen Da nochmal einen Bonus drauf geben zu können Aber irgendwie bekommen wir keinen Bonus Das finde ich ein bisschen schade Hätte man echt noch einen Bonus mit rausgeben können So ich hau nochmal den Gamer Skill nochmal ein bisschen durch Und lege mich ab in die Ratze So nächsten Morgen wachen wir wieder auf Wir sind wieder komplett fit Und wir gehen mal nach oben ins Badezimmer Und werden uns mal eine schöne Badewanne taken Weil die gibt uns doch ein bisschen mehr Bonus mit oben drauf Als wir erwartet haben Außerdem ist Sonntag Da kann man mal ein bisschen geschilligt abschillen So ich habe ja gesagt Ich werde mich diesen Sonntag mal darum kümmern Dass wir ein bisschen im Gym trainieren gehen Weil bei 1K kann man das auch mal reißen Und ja Wir werden jetzt ein kleines Event mit Hannah haben Das ich leider schneiden muss Denn ich kann euch schon erzählen was in dem Event passieren wird Hannah sitzt da und schnüffelt an unserer Buxer Shorts herum Und scheint wohl sehr von dem Geruch so angetan zu sein Dass sie es kaum noch aushält an Ja ich sag mal Sich selbst etwas rumzuspielen Deswegen mache ich hier einen Cut Und wir sehen uns gleich wieder So das haben wir damit also erledigt Oder besser gesagt Das hat Hannah jetzt also gerade erledigt Gehört zur Hannah-Saga mit dazu Hannah wird auch eigentlich relativ leicht zu daten sein In der Regel her So wir haben erstmal ordentlich trainiert Wir sind jetzt bei 32 Reicht immer noch nicht Wir brauchen echt ordentlich Energie mit dazu Also wir müssen mindestens Um überhaupt erstmal bei ein paar Events gut dastehen zu können Mindestens 90% auf Fitness sein Das heißt also Das wird noch einiges dauern dabei So wir haben 7 Ich würde auch mal sagen Wir gehen heute noch nicht dahin Wir werden uns nochmal den Guitarskillbook Nochmal ein bisschen widmen Und damit haben wir immerhin schon mal 20% auf die Gitarre gefeuert Dann warten wir einfach noch eine Runde ab Und werden uns das Abendbrot erst mit den beiden hier widmen Was denke ich mal kein Problem ist Und wir sind sehr müde Das heißt Interaktionen sind nicht mehr möglich mit den Leuten Heißt aber wir können immer noch baden gehen Und den Tag abklinken lassen 23 Uhr mäßig Und einfach mal schlafen gehen So wir haben die wöchentlichen Debs bezahlt Und das Payment gemacht Die 300 Dollar sind also wieder weg Bleiben noch 800 für die ganze Woche über Und wie es dann wieder weitergeht Bei der nächsten Woche Was uns da alles überwarten wird Sehen wir dann hier beim nächsten Mal wieder Wenn es wieder weitergeht mit Love, Sex, Second, Face Also bis denn